Kannst denn das battery schneller despawnen seit irgendeinem Update? Wirklich. Tatsache jedenfalls, dass ich gerade genug Stahl habe hier. Also, wie kriegen wir jetzt schon ein Kabel? Wir brauchen eine Item Transfer Node von Extra Utilities. Und einen ME Import Bus. Und so 4 bis 16 Mining Upgrades. Also, ich kann da gar nicht das Rezept draus suchen. Ja, das stört mich bei Extra Utilities auch. Ne, normalerweise geht das. Normalerweise ist das seitenweise. Ja, ja. Also, irgendwie ist das seltsam. Ne, ich glaube, das kann man nicht bauen. Wisst man aber eigentlich. Ja. Extra Utilities. Hm. Also, es ist schon seltsam irgendwie. Weil alles andere von Extra Utilities, da zeigt es dir dann nur so seitenweise an. Naja. Schade eigentlich. Gut, dann geht das nicht. Schade eigentlich. Gut, dann geht das nicht. wieder. Ähm. Wo war jetzt gar nicht das Smooth Stone hin? Da. Wo war jetzt gar nicht das? Ja. Ja. Haben wir noch irgendwo Item Ducts? In Franks Farmkiste, die im Boden eingebaut ist. Ist das ein Item Ducts dran? Einige, ja. Also Item Ducts glaube ich kaum noch welche, weil vielleicht habe ich die noch in meinem Inventar hier dran. Ein paar als Item Ducts sind ein paar aller reiche. Also ich habe vier O-Pack hier noch. Ist gut, die können wir nachher wieder abbauen. Das ist nur wegen dem Stahl und Eisen. Oh, irgendwo kam der Creeper her. Spreng da einfach mein Hintern weg, kann nicht wahr sein. Tja. Unverschämtheit. Mach ich mal nicht einfach so, ne? Mhm. Trag wenigstens vorher. Entschuldigung, darf ich in den Hintern weg sprengen? Ja, sicher. Sicher! Entschuldigung! Aber nur bei Leiceland. Wie... ja. Was? Nichts, alles in Ordnung. Und wie was ist? Ne. Ist alles in bestester Ordnung. Test, 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 Test. Ah, so. Okay. So. Gibt's jetzt eigentlich noch normale Quests? Ich glaube nicht. Na gut, hier da die letzten magischen Quests. Da mach ich grad, also... Alchemy mach ich grad, bin ich grad dran. Ah, keine Lambic, was brauch ich da für alles? Nochmal sieben von diesen Blöden Steinen... Ne, doch nicht. Ach, der Lambic ist da. Halt! Halt! Da braucht man nur 100 von. Okay. Nur. Die Filter, ähm, ist... Bei Gold und... Theoretisch kann ich auch schon weitermachen. Ich brauch halt nur dieses Filter of the Green Grove. Und das ist so ein verdammt normal blödes Rezept. Vor allem so verdammt normal langweilig. Ach so, aus Tofu und ner Pfanne... Kann man... Äh, Spiegelei machen. Ja. Alles klar. Okay. Ja, das ist dann Tofu mit Spiegelei-Erschmack. Wie gesagt, ich hab dir auch gesagt, du kannst aus Tofu... ... auch, ähm, ne Bakingpfanne machen. Weil es Tofu ist. Tofu for the win. Ach so, hast du Tofu da noch drin geleg... ... lag das da noch drin oder wie? Ne, ich schau mir grad die Dinger durch. Ja, weil zwei Tofu dürften da noch im Presse drin liegen. Oh ne, so ehrlich sag ich's nicht. Oh, ähm, Bee-Zeug. Bienen-Zeug. Ja, das darfst du gerne machen, wenn du willst. Also, also wenn du was magst, wer solltest du das bitte machen, weil da bin ich kein großer Fan von. Also schon irgendwie, aber es ist... ... ist es dann doch irgendwie... ... irgendwie ist das... ... eben, es ist einfach irgendwie nur... Oh doch, ich mach das gern. Ja. Das und so richtig te... ... technisches Zeug. So, dann haben wir... ... die Eisblöcke auch fast fertig. Durch nichts tun. Ich liebe es. Echt? Das Ding ist so schnell. Ja, ich bin bei 88% jetzt. Wow. Krass. Nicht schlecht. Das heißt, ich hab jetzt 4480 von 5000. Du musst wissen, in der, ähm... ... es waren ja schon, ähm... ... 1-Stack-Stacks gelagert. 1-Stack-Stacks. Stimmt doch. Warte mal, wir brauchen 100 Cloud. Ja, da hoch und abbauen. Ja, ist überhaupt kein Ding. Willst du fliegen können? Ja, immer damit. Ja, bitte, da... ... wir dienen dich. Ach ja, stimmt. ... im Fallen-Cabinet drin. Äh, ich nehm mal ein Magnet mit, dann geht's einfacher. Sicher. Lass dich mal Gold mitnehmen, genau. Alter, ich hoffe, ich fall da jetzt nicht einfach so runter. Dann kannst du in der Zeit noch eintrinken. Lass dich einfach in der Hardbar und dann kannst du noch eintrinken, bevor du fällst. Hardbar, mhm. Ha... Hardbar. Hardbar. Ja, 18 Minuten dürfte eigentlich reichen für 100. Mal schauen. Na ja, Hardbar. Keine Ahnung. Nein, das sind zwei Stacks, die kriegst du da problemlos. Ich hab mich ja da verhardbar. Egal. Practicasing... Ach, da geht das auf einmal. Versteh, wer will. Ich hab Angst. Das brauchst du doch gar nicht. Gerade mit so... Irgendwie mit so einer Tonlage hab ich Angst. Naja. Flieg. Flieg. Du bist frei, mein Vogel. Äh... Ich glaub, du machst's nicht besser. Flieg wie ein gefahrener Engel. Ohne deine Flügel... ...äh... ...lüfte. Ja. Wir brauchen übrigens mehr Stahl. Ja, dann mach mehr Stahl. Übrigens. Mehr Sand, mehr Gunpaul, mehr Redstone. Übrigens haben wir nur noch 24-6 Redstone. Das wird knapp. Ja. Also Redstone ist alles schon da, für die Pisten. Das hab ich eigentlich schon raus in den AI. Naja. Ich mein nur... Ja, ich mein nur. Weil wir nur 24-6 Redstone haben. Hm. Na, der Call. Boah, das geht. Was mach ich denn? Krass, eine einzige Wolke hat gereicht für hundert Stück. Oh. Ja, also Wolken sind schon richtig. Ist nicht viel, es geht halt nur ums Prinzip. Ach, da kommt noch Gold. Ok Cool, jetzt kann ich noch 16 Minuten fliegen Genieß es Ach, sowas von Ja Dann hat man die Cloud Quest jetzt auch Claim Reward Eine Greater Bag Oh, schon wieder Saplings Was ist denn meine Greater Bag drin, mal gucken Eine Angry und eine Creepy Doll Besser als nichts Auch mir so dringend Klar doch Ok, was gibt's noch? Soul Sand 10 Tauch Na, ist zu viel Cobble Gen Madness Eine Oktober Compressed Cobblestone Ähm Das geht vielleicht besser, wenn du Sand Dieses Sand nimmst Dann brauchst du 100 Doppel Compressed nur Das glaube ich ist das Humanste davon Warte mal Vier Millionen 782 Tausend Cobblestone Hm Hm Das sind schöne Zahlen, ne? So glatt Gerade Aua Was? Das tut doch weh Oh Gott Den Entwicklern erscheint nicht Searedstone 100 Das bringen wir doch auch zusammen, oder? Searedstone Ja, da war ich ja vorhin so mehr weniger mit bei Searedstone Da bräuchten wir halt auch wieder Cobblestone für Deswegen hab ich's erst sein lassen, bis nur dein Business fertig bist Achso Ne, du brauchst Achso Ja Ein Kabel gibt 8 Millibuckets, oh Ok Ja, Kabel ist, glaub ich, somit das Einfachste Ne, du kannst ja auch Seared Bricks oder so machen Mit Crowd Mit Crowd Ja, ok, da brauchst du auch wieder Cobbl, ne? Hm Ne, brauchst nicht Gravel Clay und so Ja, nur Warten bis Cobbl kommt Oder wirklich Clay farmen und so weiter Das ist ein Unterschied Ja, wir haben jetzt schon wieder 30 Sticks Cobbl Also, hm Bist mit dem Business jetzt fertig eigentlich? Ne, ich schau jetzt mal, ob es vielleicht könnte Es könnte vielleicht klappen Ebenso mit meinem Eis hier Ok Das könnte jetzt gerade reichen 90, ah, ich brauch noch Bisschen, ja Ich brauch noch, ich brauch noch mehr als ich dachte, ok Ok Aber ich hab's bald, ich hab's bald Ok Durch nichts tun, wie immer So wie es sein muss 97 Leben Krass Also die 100 schaffen wir heute locker noch Jo Also gut möglich, ja 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 Pistons dürften fertig sein Mach Bescheid, Van Ja, fertig Ja, ich nehm die rechte Äh, dann nehm ich Die linke Und wir haben die 100 Ich hab eine Epic Bag bekommen Links ist Epic Ich hab zwei Bücher Unbreaking 3 Ist von mir recht nett Und Efficiency 3 Das ist so unglaublich geil Dass ich das, ähm Kann's nicht fassen Ok Cool Ich hab wieder zweimal Flight 4 Und irgendwelche Schadenstränke Gut Einmal Epic Einmal Greater Ich hab' den Kram hier rausrollen 16 Blackberry Seeds, danke Und ein Buch mit Silk Touch 1 Diese unglaublich epischen Kisten immer, ne? Übrigens, ist das nur bei mir so Oder ist die eine Kiste, die hier an der Wand ist, jetzt, ähm Da steht die seitdem Stein dran Ja Das hab' ich nämlich mit der, mit der, mit der, ähm Quarz-Wrench aus Versehen gedreht, als ich die öffnen wollte Die ist ja so in der Wand drin Ja, das macht die Hübsch, oder? Ja Hübsch Ähm, ähm, was soll ich tun? Du wolltest die ersten kombinieren Hab' ich schon Mach's nochmal Ok Mach's nochmal Haha Was? Also den Koppel kannst du dir jetzt rausnehmen, der wird hier oben hängen Ok, gut Sollte ich gleich woanders hinstellen Ja, ich stellte mal kurz woanders hin Also ich weiß nicht, ich glaub das wird knapp mit unserem Lebensvorrat Ah Ein bisschen, ein bisschen Wie wir weiterhin so häufig sterben Wo ist denn die Dolly? Die liegt in einer Kiste im Haus Wo? Ja Äh, das dürfte Ja, das ist Ja, an der Rechten Wand Wenn du vom Haupteingang schaust Hm Eine der Kisten Irgendwo unterste Reihe Ja Ja, ich mach einfach NDI Suche Adresse Wie man aber für Thumbcraft einfach für alles und zwar wirklich für alles Gold, Silber, Glas und sonst irgendwas braucht Haha Ja, normal, oder? Ja, eben nicht eigentlich Habt ihr mir alle schon das Helorium gegeben? Meins liegt in der Kiste irgendwo. Okay. Hier oben. Da wo die grad offen ist. Hast du zufällig noch Schalter oder sowas dabei? Nee. Döcke? Ah ne, aber Schalter sind hier genug. Passt schon. Passt schon. Ja, okay. Wo baue ich denn am besten hin? Ähm, weit weg. Kann... weit... also weit weg. Ich sag dir auch, der kann nicht explodieren. Weit, weit, weit weg. Ungefähr nebenan. Ne, also ich... ne? Weit. Äh, Greatwood Bäume brauchen immer vier Platz, ne? Oder? Ja. Weitere, hoんだver. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020